Shadybug aus dem Parallel-Universum hat das Miraculous von Klawn Nor gestohlen und offenbart sich, um ihres ebenfalls zu benutzen. Diese Szene, die wir bereits in Folge 26 von Staffel 5 gesehen haben, wiederholt sich. Marinette befiehlt dem riesigen Tiki und dem riesigen Plek, Gimmi zu erschaffen. Marinette kann ihren Wunsch jedoch nicht erfüllen, da ihre Macht durch Supreme begrenzt ist, der ihnen verbietet, ihr Miraculous zu benutzen und den Wunsch zu erfüllen.